Generative KI in der Erwachsenenbildung und was sich bis Herbst 2023 schon bewährt hat, darum geht es in diesem Video. Und ich rufe gleich noch mal in Erinnerung, was wir mit generativer KI meinen, nämlich KI-Anwendungen, die auf Anforderungen selbstständig Texte, Bilder, Musik, Videos, Audiodateien und mehr generieren. Also was funktioniert bisher gut und findet auch in der Erwachsenenbildung Anwendung? Sehr verbreitet ist mittlerweile die KI-gestützte Übersetzung, beispielsweise durch DIP-L und hier ist die Fehlerquote zumindest bei Englisch, Deutsch schon wirklich sehr gering. Gerade für den Sprachunterricht kann man sich da sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten in der Erwachsenenbildung vorstellen. Vielleicht etwas weniger verbreitet, aber auch sehr nützlich ist die stilistische Verbesserung mit DIP-L-Write, wenn man den Bedarf danach hat. DIP-L-Write korrigiert Fehler, formuliert Sätze um, schlägt Alternativen vor und zeigt auf Wunsch alle Änderungen extra an. Genauso kann man sich von einem Sprachmodell wie ChatGBT die eigenen Tippfehler ausbessern lassen, wenn es sich um Texte handelt, bei denen man keine Datenschutzbedenken hat oder wenn man die KI lokal installieren konnte. Das ist jetzt keine bildungsspezifische Anwendung, aber man kann mit einem Sprachmodell oder Co-Piloten auch jeden Text kürzen oder man kann ihn in eine einfache Sprache übertragen lassen und hier wird es dann schon interessant, zum Beispiel für die Basisbildung. Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld für große Sprachmodelle wie ChatGBT ist das als Ideengeber, dafür sind sie wirklich nützlich. Ich suche zum Beispiel eine Metapher zu einem bestimmten Thema, so wie hier, und da wird mir die KI gute Vorschläge machen oder wenn ich, so wie hier, die zentralen Begriffe oder Keywords zu einem bekannten Thema genannt haben möchte, um sie für eine Übung oder dergleichen dann weiter zu verwenden. Das gilt auch, wenn ich direkt Vorschläge zur didaktischen Gestaltung suche, also zum Beispiel Vorschläge für Übungen in einem Workshop oder für Interaktionen in einer Live-Online-Einheit oder auch für Praxisaufgaben oder Transferaufgaben. Da werden immer gute und sinnvolle Vorschläge dabei sein, wenn man ein Sprachmodell wie ChatGBT fragt. Und auch Prüfungsfragen kann ein solches Sprachmodell gut und zwar sowohl offene Fragen als auch wahr-falsch Fragen oder auch multiple-choice Fragen, besonders wenn man den Stoff als Text vorgibt. Analog dazu könnte man ein Large Language Model auch zum Lernen nutzen und es bitten, die Rolle eines Prüfers zu einem bestimmten Thema einzunehmen und sich dann Fragen dazu stellen lassen. Wobei ich das zurzeit nur dann uneingeschränkt empfehlen würde, wenn es sich beim Lernstoff oder Prüfungsgebiet um allgemein verfügbares Wissen handelt. Und hier wird es auch Zeit für einen kleinen Disclaimer. Zu bedenken sind nämlich die Einschränkungen eines reinen Sprachmodells, wenn man keinen Internetzugang, keinen Web Access dabei hat. Ein Large Language Model ohne Internetzugang sucht nicht, sondern es generiert seine Antworten anhand von Antwortwahrscheinlichkeiten in seinen Trainingsdaten. Das eingeblendete Bild soll das illustrieren. Und es ist wirklich wichtig, sich diese Funktionsweise bewusst zu machen. Das heißt, dieses Modell weiß nichts und versteht nichts im menschlichen Sinn. Deshalb wird es ja auch kritisch als stochastischer Papagei bezeichnet. Und deshalb macht es auch gelegentlich Dinge, die wir als Fehler betrachten. Das heißt, es erfindet Quellen oder gibt falsche Erläuterungen zu Sachverhalten, die sehr neu sind oder auch sehr spezifisch und über die noch nicht viel publiziert wurde. Und das hat gleich drei Konsequenzen. Nämlich erstens, wer mit einem reinen Sprachmodell arbeitet, sollte nur Anweisungen oder Prompts formulieren, bei denen das keine Rolle spielt. Also zum Beispiel keine Fragen nach ganz neuen Informationen und keine Fragen nach konkreten Quellen stellen. Und wichtig ist auch, das Modell nur im Feld der eigenen Expertise zu verwenden, wo man Fehler gleich erkennen würde und vorzugsweise zu Themen, zu denen auf Englisch auch schon genug publiziert wurde. Zweite Konsequenz, man sollte ein Sprachmodell möglichst über ein Plugin mit der Internetsuche verbinden oder ein Kombinationsmodell wie z.B. Perplexity verwenden, statt eines reinen Sprachmodells. Wobei ich vermute, dass sich dieser Disclaimer sehr bald erübrigt haben wird, weil die Kombination sowieso bald Standard ist. Und die dritte Konsequenz ist eigentlich selbstverständlich, aber auch besonders wichtig. Man muss wirklich immer selber mitdenken. Die KI nimmt uns nicht das Denken ab. Das Problem dabei ist ja der Anthropomorphismus, den wir mitführen. Wir vermenschlichen die KI und trauen ihr viel mehr zu, als sie kann, weil in unserer jahrzehntelangen Sozialisation bisher keine Instanz vorgekommen ist, die sich so schnell, so sachlich, so präzise artikuliert und dabei nicht mindestens ein Akademiker oder eine Akademikerin war. Das heißt, unsere Vorerfahrung führt uns im Umgang mit KI regelmäßig aufs Glatteis. Das ist völlig neu und wir müssen es erst lernen. Mit diesen Einschränkungen ist generative KI trotzdem auf viele Arten in der Erwachsenenbildung nützlich. Es ist zum Beispiel recht einfach geworden, ein PDF-Dokument chatfähig aufzubereiten, zum Beispiel mit Chat-PDF oder PDF-Gear, einem PDF-Bearbeitungsprogramm, das derzeit kostenfrei ist und auch mehrere PDFs zu einem Skriptum zusammenfügt, mit dem man dann chatten kann. Das ist sehr praktisch für die Arbeit mit Kursunterlagen, in denen man Antworten auf bestimmte Fragen sucht. Und mit der ausreichenden Kontrolle und eventuellen Nachbearbeitung kann man auch größere Produkte von KI erstellen lassen. Man kann ein ganzes Lehrvideo mit unterschiedlichen KI-Anwendungen erstellen, zum Beispiel mit den Tools Synthesis, Pictury AI, Kyber AI, Meet Journey und JPD. Das heißt, man fordert Inhalt, Präsentation, Avatar und Audio-Ausgabe an, wie das zum Beispiel im MOOC Societech geschehen ist. Es zahlt sich wirklich aus, sich diesen MOOC und seine Ergebnisse anzuschauen. Grundsätzlich gibt es zwei Wege, mit einer generativen KI zu arbeiten. Ich kann entweder von meinem menschlichen Know-how ausgehen und mir fehlende Teile oder Ideen oder Vorschläge liefern lassen. Das ist der Weg, den wir derzeit empfehlen. Oder ich kann quasi KI-zentriert arbeiten und die KI einen Erstvorschlag liefern lassen und dann selber nachbessern. Ich könnte zum Beispiel folgendes prompten. Agiere als Erwachsenenbildner, entwirf einen Ablaufplan für einen Einführungsworkshop zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Der Workshop findet in Präsenz mit zehn Teilnahmen statt und soll interaktiv sein. Bitte in Tabellenform. Und auf diesen Prompt hin werde ich einen vernünftig klingenden Entwurf erhalten, den ich weiter bearbeiten kann. Und so zu arbeiten kann auch mal passen, falls es sehr schnell gehen muss und man einen Grundlagenkurs über ein Thema plant und die Zielgruppenerfordernisse nicht allzu speziell sind. Ein Tool, das zum Beispiel aus dem Stand ansprechende PowerPoint-Präsentationen zu grundlegenden Themen erstellt, ist Tomy. Die Ergebnisse wirken solide und die Bilder sind individuell und vor allem kann man sie über die Prompts gut anpassen. Man kann Folien löschen oder hinzufügen, Inhalte selbst oder KI-gestützt umformulieren und man kann sich auch das Design oder die Bildanordnung neu anordnen lassen. Die Bilder werden in diesem Fall von DALI erzeugt. Was man sich bei all dem nicht erwarten sollte, ist eine herausragende Originalität. Das kennen Sie sicher schon aus den Antworten von JGBT und es ist eine logische Konsequenz der Funktionsweise, denn die generative KI greift ja auf Vorhandenes zurück und wählt wahrscheinliche Antworten aus. Das ist kein Kreieren im Sinne von Schaffen aus etwas ganz Neuem, sondern es ist ein Generieren im Sinne von Erstellen aus etwas Vorhandenem. Was aber trotzdem durchaus originell sein kann, sind die KI-generierten Bilder, die man zum Beispiel mit DALI, Mid-Journey oder BlueVillow kostengünstig erzeugt oder mit Clipdrop oder Firefly bearbeiten kann. Man kann sich beim Prompten Szenen ausdenken, die noch nie fotografiert wurden, weil sie in der Natur nicht vorkommen. Und im geschlossenen Teilnehmerkreis kann man nach österreichischem Urheberrecht diese Bilder für Bildungszwecke auch wunderbar verwenden. Auch außerhalb dessen scheinen sie nach derzeitigem Recht noch gefahrlos nutzbar zu sein, wobei hier die Warnungen langsam zunehmen. Alles das hat sich 2023 schon bewährt. Auch Co-Piloten sind schon verbreitet. In dem Beispiel, das hier eingeblendet ist, verwende ich zum Beispiel das Tool Harper AI, ein Chrome-Plugin, das ChatGPT beim Surfen integriert. Da kann ich dann die Inhalte von Websites zusammenfassen oder umformulieren lassen oder ich kann lange Videos mit Harper zusammenfassen und mir einen Überblick verschaffen, bevor ich sie mir ansehe. Und damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt, nämlich einer nicht bildungsspezifischen KI-Anwendung, die trotzdem in der Erwachsenen Bildungsarbeit sehr nützlich ist. Diese und mehr KI-Anwendungen sind derzeit im Umlauf und es geht laufend rasant weiter. Das nächste Video widmen wir daher einem kurzen Ausblick und außerdem darf ich Sie herzlich einladen, in den reichhaltigen Kursressourcen zu stöbern. Und gerade beim Thema KI möchte ich Sie bitten, im Forum ganz offen miteinander zu teilen, was sich für Sie bisher bereits bewährt hat. Und dafür sage ich an dieser Stelle schon einmal ganz herzlich Danke.